Musik 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 So Musik Das ist ein ziemlich einfaches Prinzip Musik 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 Kaputt Musik 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 Klack, klack, klack. Und hier müssen wir noch da ansetzen und hier ansetzen. Hier und hier, dasselbe Spaß wie bei jeder Etage, das wollen wir uns machen. Damit das Wasser verschwindet. Äh, lalala. Hier, das können wir dann mal wegreißen. Klack, klack. Oh, na gut. Da möchte ich hier noch was rein. So, dann hier noch Boden rein. Hier müssen wir das erst mal so machen. Okay. Das sieht doch schon mal geil aus. Kommst hier rein? So. Äh, 15 Sekunden noch. Gut. Ich bin raus. Okay. Ich würde gerne... So, Mensch, da... Und hier... So. Also, stelle ich die Wackeln auf. Und dann verstell ich erstmal hier. So, ich setz mal... Ich nehm mal einen neuen Drang. So. 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 Super intelligent von mir. So, dann machen wir jetzt mal hier an. Den habe ich noch, vielleicht noch ewig, okay. So. Unter Wasser und klack, 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 klack. Und dann machen wir noch hier, ups, und da. So, hier vorne. Ich glaube, ich kann den Eingang wieder. Ja, nun? Achso, jetzt die Kiste. Und dann können wir den Spaß hier freischaufeln. Tada. Dann kann ich nämlich jetzt hier eine Kiste hinstellen. Dann können wir jetzt hier auch mal... Nein, Quatsch, die Kiste. Und jetzt kann ich die Kiste hinstellen, genau. Und dann können wir ja auch mal eine Facke hinstellen. So. Eingang Headmob. Das ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter. Ich würde sagen, wir buddeln hier weiter. Obwohl, ich würde sogar hier weiter buddeln. Aber ein bisschen größeren Abstand. Und jetzt machen wir es mal ganz kurz. Flupp. Und dann machen wir mal. Flupp. Jetzt stelle ich erst mal drei davon hin. Na gut. Habe ich noch eine Wasserabbung? Ja, habe ich noch. So. Dann lass mich doch mal bitte hier runter. Dankeschön. Nee, so weit ist das eigentlich gar nicht. Ach, egal. Weg damit wieder. Und dann kommen wir jetzt hier drunter. Was für schwerer an der drunter? So, ich schluck mal noch schnell. Eintrag der Wasseratmung. Und da sind wir wieder bei acht Minuten. So, leider sehe ich fast gar nichts. Ah, da muss ich leben. Jetzt habe ich da was angebracht. Jetzt komm. Da ist es davor. Drunter. Drunter. Davor. Drunter. Davor. So, Mensch. Drunter. Okay. 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 So, ich werde euch überlegen, wie ich das mache. So. Und daaaan. So. So, so. Und so, so, so. So. Jetzt kommen... Dann 텐데... Ach. Dann an Glasse. Dann an Glません. So, komm mal so. Und hier selber, wie gerade eben, wo es jetzt größer wird, weil wir einen komponableren Überweg haben. Alter Schwede, das wird krass. Das wird richtig heftig. Das wäre klar, wie ich das hier mache. So, wir müssen hier wieder Erde platzieren. Super. Das war auch super. Also mein Gott, die können wieder unter Beweis gestellt. Okay. Okay. Dann kann der Spaß ja auch weg. Und der Spaß kann auch weg werden. Okay. Okay. Dann kommt hier zu. So. Folglicherweise müsste es hier. Das hier hinkommen. Ich meine, es passt ja an sich, aber... Ich bin echt unzufrieden, muss ich gestehen. So. Ist es Tag? Ja, es ist Tag. Ja, es ist Tag. Ich würde den Spaß gerne mal von oben anschauen. Okay. Ich muss ja das wirklich nur so. Du gehst hier runter. Ja, das war es schon. Na gut. Wir sehen uns den ganzen Fun hier beim nächsten Mal an. Ich sage erstmal adios, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.